Die DHV News vom 2. September 2022 Ströbele gestorben Staatsanwaltschaft beschlagnahmt Mutzhanffeld Herzlich Willkommen bei den DHV News Vorweg eine kleine Ehrensache Korrektur Ich habe einen kleinen Fehler gemacht bei den Terminen beim letzten Mal und weil die immer erst am Ende kommen, muss ich die Korrektur jetzt mal hier vorne machen nämlich zur CB Expo in Zürich Da hatte ich letzte Woche gesagt, oh, ist eine CBD Messe, geht da alle hin Ja, wer sich da interessiert und einigermaßen in der Nähe ist oder so Das sind unsere alten Freunde von der Canna Trade, die das organisieren und tolle Sache Aber es ist gar keine CBD Expo, sondern eine CB Expo Nämlich Cannabis Business Expo Ein B2B Event, Business to Business Das richtet sich nur an Unternehmer Also nicht an alle Leute, die kein Unternehmen haben Ihr solltet da nicht hingehen Nicht, dass ihr alle da vor der Tür steht und euch wundert Sondern ihr solltet da hingehen, wenn ihr selber in der Branche unterwegs seid und da Kontakte knüpfen wollt und so weiter Hat gar nichts speziell mit CBD zu tun, wie ich die ganze Zeit dachte Weil das eben mit CBD irgendwas anfing Cannabis Business, also ein B2B Event in Zürich Und alle, die im Business unterwegs sind, sollten da hingehen Termin kommt nachher natürlich nochmal Ist vom Samstag, 10. September bis Sonntag, 11. September So, jetzt kommen wir gleich in die Themen Und kommen zum Traurigsten gleich am Anfang Hans-Christian Ströbele Die Welt kennt ihn als aufrechten Linken innerhalb der Grünen Der immer zu seinen Standpunkten stand und dafür gekämpft hat Die Grünen, alle grünen Mitgliedermandatsträger jedenfalls Kennen, Hans-Christian Ströbele als den, der als allererster Grüner seinen Wahlkreis als Direktmandat gewonnen hat Ja, also alle anderen Kandidaten verdrängt hat und als Grüner da als Sieger hervorgegangen ist In Berlin, Kreuzberg, ja kein Wunder Hat halt vorher noch kein anderer Grüner geschafft gehabt zu der Zeit Und die Hanffreunde kennen ihn vor allen Dingen wegen seiner Rede auf der Hanfparade Ja, das war kurz nach der Jahrtausendwende Und aus dieser Rede, aus diesem Schnipsel hat dann Stefan Raab seinen berühmten Song gemacht Ja, Ströbele hat aber nicht nur das für uns Handfreunde gemacht Sondern hat jahrzehntelang immer wieder die Legalisierung von Cannabis gefordert Und war auch immer wieder zu sehen auf der Hanfparade Wahrscheinlich der Bundestagsabgeordnete, der am allerhäufigsten mit den Jahren auf der Hanfparade aufgetreten ist Er war auch relativ lang am Stück im Bundestag Also immer straight dabei Von daher ist das wirklich eine traurige Angelegenheit Und den Hintergrund zu dieser ganzen Geschichte mit diesem Song und seiner Rede Gebt das Hanffrei und sowieso er das überhaupt gesagt hat Das erfahrt ihr in einem extra Video, das wir hochgeladen haben, hier diese Woche im Kanal Aus diesem Anlass mit unveröffentlichtem Videomaterial von der Cannabis Normalkonferenz 2018 Da haben wir es damals nur geschafft, das Opening online zu stellen Die ganzen einzelnen Sessions und so weiter Ist dann irgendwie untergegangen, das haben wir dann im Archiv gehabt Und haben jetzt die Preisverleihung zum Hanfadler in der Kategorie Politik rausgekramt Den hat nämlich Christian Schröble für sein Lebenswerk bekommen Das könnt ihr euch nochmal angucken, diesen besonderen Moment Auf der Cannabis Normalkonferenz 2018 hier im Kanal Dann komme ich nochmal zurück auf die Aktion von letzter Woche Volker am Zug Volker Wissing, unser Verkehrsminister, der gesagt hatte Er ist nicht zuständig für das Thema Cannabis und Führerschein Da soll gefälligst die Rechtsprechung irgendwie regeln Und er will da nichts mit zu tun haben Da haben wir ja groß protestiert Wieder einen Brief geschrieben, auch an den Minister Aber auch auf Twitter mit den Kollegen vom Weedmob Ein bisschen Theater gemacht Und den Hashtag Volker am Zug 24 Stunden lang trennen lassen Bis auf Platz 2 Nur die Gamescom, die irgendwie so einen gefeaturedten Hashtag hatte Auf Platz 1 genagelt Die haben wir nicht überholt Obwohl wir mehr Tweets hatten Ja, mit über 20.000 Tweets Volker am Zug Super Aktion Wir haben bisher noch keine Reaktion Das war aber auch nicht zu erwarten Ja, weil solche Prozesse dauern eben Und bei Lauterbach Da hat man das Thema ja auch schon mal Karl am Zug Wo der Lauterbach gesagt hat Sein Ministerium hat das mit der Legalisierung Gar nicht auf dem Schirm dieses Jahr Bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann gesagt hat Ja gut, ihr kriegt euren Gesetzentwurf bis in den Herbst Und mein Ministerium soll das jetzt mal machen Hat sechs Wochen gedauert Mal sehen, wie lange es jetzt bei Volker Wissing dauert Aber ich bin zuversichtlich Dass auch das Thema Cannabis und Führerschein Nicht unter ihm begraben sein wird Und dass er da vermutlich noch aus dem Weg treten wird Und die ganze Geschichte nicht aufhalten wird Ich glaube auch, das werden sich die Abgeordneten Im Bundestag am Ende gar nicht bieten lassen Das ganz große Legalisierungspaket Das kriegen die nicht geregelt Wahrscheinlich alleine im Bundestag Ohne Ministeriumsbeteiligung Aber einfach einen Grenzwert festzulegen Worum es ja hier erstmal ging Abgesehen von den ganzen anderen Problemen Im Führerscheinbereich Ja, gibt es natürlich auch noch Aber einen Grenzwert festlegen Können die auch einfach am Bundestag machen Einfach da reinschreiben ins Gesetz Straßenverkehrsgesetz Ja, 0,35 3,5 Nanogramm THC Pro Milliliter Blutserum oder was Können sie einfach festlegen Machen sie ein bisschen gar nicht für Aber ich denke, der wird am Ende dann auch sagen Ja, okay Wir gucken uns das Thema nochmal an Dann ist aber auch gleich der nächste Hashtag getrendet Kurz danach Unmittelbar danach Nämlich Alkoholecheck Das war gemünzt auf den bayerischen Gesundheitsminister Holecheck Der nämlich den Bundeskanzler Scholz aufgefordert hat Die ganze Legalisierung zu stoppen Weil er ja wohl weiß, wie gefährlich Cannabis ist Und dass das unverantwortlich ist Mit der Legalisierung und bla bla Holecheck ist einer von den ganzen CDU, CSU-Ministern Die andauernd gegen die Legalisierung wettern Und das eben jetzt auch mal wieder gemacht hat Diese Geschichte Alkoholecheck Ist in die Süddeutsche gekommen Die haben die aufgenommen Die Story und ein bisschen darüber berichtet Über die ganzen Proteste Auf Twitter Haben auch den Hashtag Volker im Zug mal kurz erwähnt Also mal wieder ein schöner Erfolg Für den Weep-Mob Und die Aktivisten Die da fleißig twittern Und anders für diese Bemerkung War ein Auftritt von Scholz Auf einer Bürgersprechstunde Keine Ausschnitte Ich gebe gerne zu, dass ich Mich da erst hätte Habe hinbringen müssen Das richtig zu finden Weil ich Erstens nie gekifft habe Also nicht selber Ein Beitrag zum Überlegen leisten kann Ja, Scholz hat also noch nie gekifft Aber er hat Freunde gesehen Schulkameraden Die fürchterlich abgestürzt sind Und es gibt auch Leute, die ich kenne Die sich das Hirn weggekifft haben Und die schwere psychische Schäden Davon getragen haben Weil sie es sehr übertrieben haben Das gilt nicht für die allermeisten Die einen halbwegs gesitteten Umgang damit haben Bei Lauterbach sieht die Sache wieder ein bisschen anders aus Auch der hat im Interview Zugegeben Wie es mit seinem Konsumverhalten ist Aber gesagt Er hat schon mal konsumiert Im Gegensatz zu Scholz Einmal jedenfalls Hat er irgendwie gekifft In seiner Jugend auf dem Dorf Irgendwie Da wäre ein großer Gruppendruck auch gewesen Aber dann konnte er sich dem auch erfolgreich entziehen Hat also dann nicht weiter gekifft Trotz dem ganzen Gruppendruck Und hat es eben geschafft Da irgendwie standhaft zu sein Weil er auch wusste, dass das gefährlich ist Und auch er hat dann berichtet von Mitschülern Die dann über chemische Drogen Zur Heroin irgendwie abgestürzt sind Beide stehen aber mittlerweile zur Legalisierung Noch ein Ausschnitt Wir haben aber gesagt Die Zeiten ändern sich Und deshalb werden wir das machen Und es soll auch ziemlich schnell gehen Es gibt neue Zahlen zu THC-Werten Von Marihuana Also Hanfblüten, Gras Und Haschisch in Berlin Was da beschlagnahmt worden ist Mal wieder ausgewertet worden Und berichtet worden Und die Werte steigen Im Gras Also pure Hanfblüten getrocknet Ist der THC-Wert im Schnitt Bei 13,2% gewesen Etwas mehr als bei der letzten Messung Und es täuscht auch Weil das ganze beschlagnahmte CBD-Gras Also Nutzhanfblüten Mit sehr, sehr wenig THC Da auch mit drin sind In diesem Durchschnitt Das dürfte also Im richtigen Marihuana sozusagen Deutlich über diesen 13,2 liegen Wahrscheinlich auch über 15% Oder so in der Region Was ja auch heißt Die Hälfte der Ware Im Durchschnitt Ja, ist über 15% Und die andere Hälfte Drunter Und der Spitzenwert Bei den Hanfblüten Lag bei 31% THC Beim Haschisch Also die Pollen Gepresste Pollen Lag der Durchschnitt Bei 20,4 Das ist ja ein gewisses Konzentrat Ja, aber meistens eben Aus Outdoor Cannabis gemacht Da haben wir 20,4% Wieder Durchschnitt Ja, das heißt Die eine Hälfte lag Über 20% Und die andere Hälfte Drunter Und das zeigt einmal mehr Dass die THC-Obergrenze Von 15% Die da von manchen Experten Gefordert wird Ja, damit hat Die Leute nicht so gefährlich Das kann man bisher Irgendwie konsumieren Ist halt vollkommen unrealistisch Und an der Realität vorbei Und wenn man den einführen würde 15% Obergrenze Später dann in den Hanffachgeschäften Dann wäre das Super Support Für den Schwarzmarkt Der einfach weiter bestehen würde Weil natürlich jetzt Die Hälfte der Konsumenten Zum Beispiel Der Haschisch-Konsumenten Ja, die suchen sich das ja auch Aus, weil sie das Gerne so haben Ja, die werden dann nicht Auf einmal in den Laden gehen Und sagen Ja, super Ja, statt 25% Nehme ich jetzt 15% Und das passt super für mir Ja, da wird Ein Schwarzmarkt übrig bleiben Deswegen bin ich auch Zuversichtlich Dass man das der Politik Ausreden kann Dass sie da Auf diese 15% Obergrenze verzichten Passiert ist ja Nach wie vor nix Ja, wenn wir hier Irgendwie schön Über Fachgeschäfte reden Auch die Entkriminalisierung Der Konsumenten Hat nicht stattgefunden Wie wir sie immer gefordert haben Und das führt eben Nach wie vor Zu irrsinnigen Geschichten In Deutschland Zum Beispiel Eine irrsinnige Geschichte Aus Landau Das kann ich leider nicht verlinken Hier Das war ein Artikel In der Rheinpfalz Der mir zugespielt worden ist Der aber nicht online verfügbar ist Aber eine tolle Story Ja, da hat jemand Ganz viel Mühe sich gegeben Ein Café zu eröffnen In seinem Haus Irgendwie Was er dann da Dafür hergerichtet hat Und Hat das gerade eröffnet Ja, sitzt mit seinen Gästen Da im Schankraum Irgendwie Und dann stürmt Ein Riesentrupp da An super bewaffneten Robocops vorbei Von oben bis unten halt In den SEK-Klamotten Die legen Leitern An das Haus an Gehen oben irgendwie Durchs Fenster In den Flur Und stürmen da Irgendwie die Wohnung Seine Wohnung Des Cafébesitzers Ja, was er dann nachher Es kapiert irgendwie Und dann stellt sich raus Die Polizei hatte Ein altes Bild gesehen Von Handpflanzen Auf dem Balkon Und Hinweise Dass da jemand Irgendwie Erde hochgeschleppt hat Dass der Vormieter Der dann die Miete Nicht bezahlt hat Den hat dann rausgeschmissen Irgendwie Ist dann selber In die Wohnung eingezogen Und dann kam Das ganze SEK da Und hat seine Wohnung Auf den Kopf gestellt Und natürlich nichts gefunden Vormieter längst weg Gar nichts zu sehen Von dem sein Pflanzen Und der Typ steht jetzt da Er hat einen riesigen Imageschaden Mit seinem neuen Kaffee Ja, kein Mensch Beim nächsten Tag Mehr da reingekommen Weil er ja jetzt Der große Gangster ist Der ein wahnsinniges Polizeiaufgebot Da irgendwie gebraucht hat Weil er so gefährlich ist Wahrscheinlich Ja, also total irrsinnig Das ist die eine Geschichte Dann haben wir Die zweite Total irrsinnige Geschichte Von der immer wieder Rechtsanwalt Lito Schulte Berichtet hat Da hat man jetzt schon Vor kurzem mal So die Auch so eine Hashtag Aktion Mit 200 Milligramm Wo er eine Mandantin hatte Die verknackt werden sollte Irgendwie vom weggerauchten Zeug Wird tatsächlich ausreichend Für einen Rausch Sag ich mal Bei den meisten Konsumenten Aber das ist auch gar nicht Der Punkt Ja, wir haben das Urteil von 1994 Verfassungsgericht Geringe Mengen Zum Eigenverbrauch Sollen nicht bestraft werden Und egal Ob da jetzt irgendwie Eine Vorgeschichte Im Hintergrund ist Oder nicht Ob der Mann schon mal Irgendwie was gemacht hat Vorher Ja, irgendwie Vor ein paar Jahren Oder nicht Oder was Es ist einfach Nicht korrekt Menschen wegen 0,1 Gramm Marihuana Irgendwie zu bestrafen Zu verfolgen Oder sonst was Ja, 30 Tagessätze Sollte der Mann bezahlen Das war der Strafbefehl Dann Gegen den Einspruch Erhoben worden ist Das hat der Richter Jetzt bestätigt Irrsinnigerweise Dass die 30 Tagessätze Korrekt sind Die Staatsanwaltschaft Da haben wollte Und dagegen Haben jetzt Der Betroffene Und Lito Schulte Seine Anwalt Beschwerde eingelegt Ich kann nur sagen Viel Glück dabei Das muss eigentlich Vom Tisch kommen Irgendwie Vollkommen verrückte Geschichte Nicht mehr zeitgemäß Und nur deswegen Überhaupt am Start Weil die blöde Politik Das nicht gemacht hat Mit der schnellen Entkriminalisierung Ja, das haben wir jetzt Davon So ein Irrsinn Der da jeden Tag weiterläuft Kann man nur hoffen Dass wenigstens Die komplette Legalisierung Jetzt schnell über die Bühne geht So schnell wie es irgendwie geht Damit dann eben Auch so ein Unsinn Dann aufhört Dann der nächste Irrsinn Noch ein Irrsinn Der Branchenverband Cannabis Wirtschaft BVCW Hat heute per Pressemitteilung Berichtet Dass die Staatsanwaltschaft In Itzehoe Die Beschlagnahmung Des kompletten Warenbestandes Eines Nutzhanfbetriebs Angeordnet hat Und die Beschlagnahmung Machen soll Vielleicht Er blühen kann Die Befragung Die schon seit Jahrzehnten Donnerstag Und ich wünsche euch noch Einen schönen Tag Und einen grusamen Abend Ich wünsche euch noch ein paar duromen Deine Untertitelung des ZDF, 2020